Musik Hi Leute, ihr seht mich gerade mit Paul, einem von 6 Isländern hier am Breilerhof in Österreich. Paul durfte ich schon direkt als ich angekommen bin reiten, also schon am ersten Tag und ich durfte sogar direkt galoppieren. Das fand ich richtig toll und Paul hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Heute bin ich ihn wieder geritten. Ich bin aber nicht nur ihn geritten, sondern auch Kuna. Leider, leider, leider war das Wetter ausgerechnet heute nicht so gut. Ach übrigens, es regnet, wie man vielleicht unschwer erkennen kann hier. Schöne Pfütze. Aber wir sind ja nicht aus Zucker, ne? Hoffe ich. Aber ich bin jeder schon im etwa Zeit. Food that's gut! Jo-ID что? W hebben wir die Daten? Hab actuales Geld waren. Aber ich bin neveren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020